Hallo zusammen, mich hier ist wieder, tschüss, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute wollen wir uns Tag 6 im Rätsel angucken zu dem Ereignis Geheimnis von Azeroth. Und ja, falls ihr die anderen Tage verpasst habt, die könnt ihr jederzeit nachholen, auch nach dem Event. Und das Ganze spielt in ein Achievement rein, und zwar Kriminalgeschichte, wo man am Ende einen Mount kriegt. Falls ihr die anderen verpasst habt, verlinke ich euch unten in der Infobox einfach die Videos dazu. Die müsst ihr vorher machen, das ist quasi eine Art Questreihe, die ihr so nach und nach abschließen müsst. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, dann schauen wir jetzt einmal in den Tag 6 rein. Und ja, dann auf geht's! Dann schauen wir uns das Rätsel von Tag 6 an. Und dazu bin ich wieder im Gasthaus, und zwar gerösteter Geißbock, hier einmal in Waldracken. Und jetzt haben wir wieder eine Option, mit einem NPC hier zu sprechen, diesmal mit dem Gastwirt. Und das machen wir jetzt mal. Wir können die Quest annehmen und direkt wieder abgeben. Und dann gibt's quasi einen Befehl, und den können wir uns dann gleich mal angucken. Und ja, hier haben wir wieder einen längeren Text. Wir müssen nämlich jetzt einmal in die Ebene von Onara und dort ein paar Sachen suchen. Und ich würde sagen, da begeben wir uns jetzt mal hin. So, wir sind jetzt in den Ebenen von Onara angekommen. Und zwar bin ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 35, 66. Und hier ist es jetzt so, dass wir drei Kohlenpfannen anzünden müssen. Dazu brauchen wir das Spielzeug-Quackel von Pyrite. Das habt ihr ja in den Rätseln davor schon geholt. Das müsst ihr aktivieren, beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr, wie ich, das immer noch aktiv in der Leiste. Wenn ihr es nicht wegklickt, habt ihr es nämlich immer noch dran. Und mit dieser Fackel müssen wir jetzt in diese Grabkammern rein. Also die erste ist hier bei 35, 65. Und dort haben wir dann hier eine Kohlenpfanne. Und zu dieser Kohlenpfanne müssen wir quasi hin und kriegen dann so ein Lupensymbol drüber und haben auch so ein Geräusch, dass wir es aktiviert haben. Also ihr lauft einfach nur hin und habt es dann quasi nach ein paar Sekunden, wenn ihr die Fackel aktiviert hier oben habt, dementsprechend, ja, angezündet das Ding. Und ja, jetzt müssen wir noch zwei weitere holen. Und zwar haben wir hier hinten jetzt das nächste. Das ist bei den Koordinaten 32, 68. Und wo ist das Ding? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier muss es, ah, da haben wir es. Das sieht wieder genauso aus. Zünden wir auch an. Lupe kommt und wir können wieder weiter. Und dann haben wir noch ein letztes. Und zwar scheint es jetzt hier oben in dem, ja, in der Mainkammer zu sein. Und da müssen wir einmal hinten durch. Und bevor wir da jetzt reingehen, schauen wir auch nochmal. Die Koordinaten sind 31, 70. Und wo ist es da? Ah, da haben wir es hier in der Ecke. So, Lupe haben wir auch wieder. Und dann können wir weiter. Sobald wir alle drei von diesen Kohlenpfannen angezündet haben, können wir dann an den letzten Spot. Und dazu müssen wir hier runter auf die Koordinaten 40, 59. Und hier haben wir quasi auch wieder so einen, ja, Grabhügel. Und wenn wir da reinlaufen, dann müssen wir noch eine quasi finale Kohlenpfanne anzünden. Und zwar haben wir die hier in der Ecke. Okay, das haben wir jetzt auch. Und jetzt müssten wir hier was in der Nähe looten können. Mal gucken. Ah, da haben wir es, die Götze von Onara. Die können wir jetzt anklicken. Und dadurch kriegen wir eine Quest. Und für die Quest bekommen wir dann als Belohnung einmal das Toy, Götze von Onara. Und, ähm, ja. Übt euren, euren Kopf werfen. Okay, das ist interessant. Dafür müssen wir jetzt wieder zurück nach Walddrakken. So, da la, sobald wir in Walddrakken sind, können wir das einmal hier abgeben bei der Bewahrerin. Und damit haben wir dann sowohl einmal das Toy, als auch wieder einen, ähm, weiteren Fortschritt. Und zwar, ähm, quasi Main Achievement. Und dementsprechend dann auch hier ein Mittel zum Zweck. Und das Achievement haben wir damit auch. Beziehungsweise, da gibt es dann auch noch eine, ähm, braune Tweetmütze. Die blaue hatten wir ja schon über ein anderes Achievement uns geholt. Gut, das können wir lernen. Und dann können wir uns das Toy auch noch ein wenig angucken. Und zwar, schauen wir mal, was das genau macht. Also, wo haben wir jetzt die Götze? Setzen wir das mal ein. Ah, die Götze haben wir dann einfach über dem Kopf. Interessant. Das ist auch ein dauerhafter Buff, wie es aussieht. Also, das behalten wir auch. Okay. Brauchen wir vielleicht dann auch nochmal für weitere Rätsel. So, anscheinend hat er noch was gebackt gehabt. Und zwar gibt es mittlerweile eine Quest von der Bewahrerin. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich die nicht bekommen, als ich das Toy abgeschlossen habe. Und ja, die können wir jetzt mal annehmen, die Quest. Und damit müssen wir versteckte Juwelen finden. Und zwar insgesamt drei Stück. Und dafür müssen wir jetzt die Götze einsetzen. Bei mir wurde die irgendwie wieder deaktiviert. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann einfach die Götze einmal einsetzen. Und jetzt sehen wir so Juwelen auf dem Boden. Die klicken wir an. Der erste Juwel ist einfach direkt vorm Gasthaus. Da könnt ihr einfach einmal hin und das quasi anklicken. Dann habe ich mir... Moment, mache ich mal alle Wegpunkte weg. Ich habe mir die schon rausgesucht, die wir brauchen. Und ihr seht, den zweiten Wegpunkt haben wir ein paar Meter weiter drüben. Den wir einmal abklappern können. Und ja, da seht ihr, haben wir das nächste Teil. Das ist quasi direkt vorm Auktionshaus. Das ist Juwel Nummer zwei. Und dann Juwel Nummer drei haben wir da ganz hinten. Jetzt muss ich mal gucken, ob der unten ist oder wo der sich genau befindet. Halt, da bin ich einen Ticken zu weit geflogen. Vielleicht ist der auch auf der Brücke drauf. Ne, der muss irgendwo da unten sein. Ah, der ist hier hinter, seht ihr? Den klicken wir an und dann haben wir alle drei Stück. Und jetzt können wir zurück die Quest abgeben. So, da, da. Zurück im Gasthaus. Geben wir es einmal ab. Und tada, jetzt gibt es dann quasi auch hier einmal den Fortschritt. Und ja, vielleicht ist es bei euch ähnlich, dass es ein bisschen bugt mit der Quest. Ich habe einfach WoW beendet und wieder gestartet und dann ging es. Vielleicht hat es Blizzard auch Stealth gefixt. Ich weiß es nicht. Aber ja, damit hat es auf jeden Fall funktioniert. Und dann gibt es auch quasi hier den Fortschritt der Götze von Onara. So, da, da. Dann sind wir komplett durch. Hat mich mal wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die nächsten Tage auch wieder reinschalten. Für die anderen Rätsel werde ich natürlich auch wieder ein Video aufnehmen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.